Willkommen zurück bei Hörens, dem Bürgerfunk-Magazin des VLOG, freier Lokalrunden von Köln. Mir gegenüber sitzt jetzt der Florian. Ja, Florian, du bist ja von Tanzen gegen TTIP. Am 17. September ist ja auch die Demo in Köln gegen TTIP. Freihandelsabkommen ist ja viel ein Begriff, aber könntest du nochmal so erklären, was man denn darunter jetzt genau versteht? Genau, also es ist halt vor allem das Freihandelsabkommen erstmal, was mit der EU und Kanada unterzeichnet werden. Nämlich CETA, wo wir jetzt den Hauptaugenmerk legen, weil die Unterschrift im Prinzip von der EU, beziehungsweise auch von den Ländern halt schon im Oktober halt das Ganze ratifiziert werden könnte. CETA ist letztendlich nämlich schon abgehandelt, braucht nur unterschrieben werden und dann stehen wir davor. TTIP ist das Freihandelsabkommen, also im Prinzip ein Wirtschaftsabkommen, um halt gerade für Unternehmen auch diese Wirtschaftserleichterung zu machen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Auch das wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch durchkommen. Zumindest möchte man das halt noch dieses Jahr durchbringen. Ich denke auch gerade die Bundesregierung wird sehr freut sein, wenn sie es dieses Jahr noch schaffen sollten, weil nächstes Jahr stehen die großen Wahlen an und dann will man halt diesen Stein TTIP auch nicht mehr vor sich haben, sondern das Ganze dann am besten schon abgehandelt. Warum demonstriert ihr denn dagegen? Ja, ich meine Wirtschaft klingt natürlich erstmal super und es wird ja auch damit geworben, Arbeitsplätze, die geschaffen werden könnten, Zollfreiheiten, das heißt einfach auch, dass diese ganzen Warentransporte und auch die Güter zwischen den Kontinenten halt vergünstigt oder gar zollfrei gehandelt werden können. Der große Haken an CETA, aber auch an TTIP ist zum einen, dass wir gar nicht so viel von den ganzen Verhandlungen mitbekommen haben, es ist sehr viel im Geheimen gemacht worden und es ist von auszugehen. Und vieles hat man ja auch schon gelesen zum Teil oder auch mitbekommen, die Nachrichten von den Dokumenten hier doch veröffentlicht wurden, dass das Ganze halt auch gar nicht für uns Bürger, ich sage jetzt mal so, für den Normalunternehmer oder auch für den kleinen oder Normalverdiener für die Mittelschicht gemacht wird, sondern letztendlich für wenige, nämlich für die Großkonzerne, für die Menschen, die eh schon sehr, sehr viel Geld haben. Und das ist einfach ein unfaires System und wir werden einfach einen Großteil auch unserer demokratischen Gegebenheiten aufgeben, bis hin, dass nachher Klagen über Schiedsgerichte möglich sind. Und um das vielleicht nur ganz kurz anzusprechen, was ein Schiedsgericht ist, es ist ein Gericht, was gar nicht mehr auf nationalem Boden steht, also nicht mehr das Gericht, was wir klassisch kennen, sondern letztendlich autark von unserer Gesetzgebung in den Ländern das Ganze halt verhandeln darf und nachher auch durchbringt und letztendlich andere Staaten innerhalb dieses Freihandelsabkommensraumes verklagen kann. Und das ist nicht fair. Gibt es denn eigentlich noch einen Weg, CETA zu stoppen? Ja, im Prinzip haben wir noch eine Möglichkeit, wie gesagt, im Oktober sollen das Ganze unterschrieben werden. Unterschreiben tut aber nicht nur die EU, sondern die jeweiligen Länder, die mit in der EU drin sind. Das heißt auch die Bundesrepublik, aber auch Österreich, Polen und die anderen Länder. Und da ist halt noch die Hoffnung gegeben, dass diese Unterschrift aus einem dieser Länder zum Beispiel nicht erfolgt, also ein Veto erfolgt und CETA nicht umgesetzt, also nicht ratifiziert werden kann. Auch in Deutschland haben wir durch die großen Proteste, denke ich auch, das Glück, dass immer mehr Protest auch in den Parteien ist. Selbst bei der SPD, auch wenn der Gabriel anderer Meinung ist, aber zum Glück gibt es auch da noch irgendwo einen linken Flügel, die da momentan aufbegehren und die müssen wir jetzt stärken. Und CETA hast ja auch gesagt, sei ein bisschen ein Schlupfloch, falls TTIP nicht durchkommt. Wie kann man das verstehen? Ja, das ist halt die große Gefahr. Die meisten Menschen gehen jetzt auf TTIP auf und denken, das muss gestoppt werden. CETA ist wie gesagt mit der EU und Kanada und viele Firmen, gerade Tochterfirmen von US-Konzernen, sind halt in Kanada ansässig. Das heißt, CETA kann das werden, was TTIP vielleicht nicht mehr wird und das ist die große Gefahr. Du bist ja dann auch auf der Demo dabei, die am 17. September stattfindet. Die nennt sich ja Tanzen gegen TTIP. Du hast ja Musik von ihnen mitgebracht, von ein paar bekannten DJs. Sie haben uns auch hier eine kleine Nachricht hinterlassen. Die lese ich jetzt einfach mal kurz vor. Hallo, wir sind Serpiente, Gonzalo de la Fuente und Joel Jaffe. Wir unterstützen Tanzen gegen TTIP und CETA, da wir überzeugt von Transparenz und Selbstorganisation in der Politik sind. Wir möchten nicht in einer Welt leben, in der die verschiedenen Aspekte des Lebens immer wieder unter den Interessen der globalisierenden kapitalistischen Ökonomie eingerichtet werden. Dazu erkennen wir, dass TTIP und CETA eine große Gefahr für die Umwelt, die Autonomie der Menschen und die Demokratie selbst ist. Gut, dann spielen wir jetzt von Serpiente Before the Golden Gates. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer bei Hörens. Neben mir ist noch der Florian. Hallo. Wir haben ein bisschen vorher schon über TTIP und CETA gesprochen. Da ist ja jetzt die Demo am 17. September. Und Florian, du bist ja in der Initiative Tanzen gegen TTIP und CETA. Hört sich jetzt ein bisschen ungewöhnlich an, sage ich jetzt mal. Konnte ich mir auch nichts darunter vorstellen. Was ist das denn? Ja, also wir machen dieses Mal bei der klassischen oder bei der Großdemonstration halt mit, wo ja auch viele Gewerkschaften mit dabei sind, Parteien. Letztendlich wird das Ganze organisiert von der Naturfreunde e.V. die zum Beispiel auch im letzten Jahr die große Demo in Berlin hatten. Und die haben sich halt dieses Jahr das Ziel gesetzt, gegen CETA halt auf die Straße zu gehen. Diesmal in sieben Städten. In Berlin, in Frankfurt, Hamburg, auch in Köln natürlich, wo wir dabei sind. In Leipzig, München und auch in Stuttgart. Und generell möchte man eigentlich über 100.000 Menschen auf die Straße bringen. Und wir haben halt letztes Jahr schon eine Demo gemacht. Jetzt auch dieses Jahr eine sehr große im April. Tanzen gegen TTIP. Beim letzten Mal war man im Prinzip mit zwölf LKWs dabei, mit vielen DJs. Eine Rockband war dabei. Wirkliche haben Schlagzeug und Gitarre. Und wir haben auch gesagt, dass wir diesmal auch bei der großen Demo dabei sein möchten. Aber nicht so in diesem klassischen Demokontext. Also ich meine, Demo kennen die meisten, waren vielleicht auch schon mal da. Oder vielleicht sogar genau deswegen nicht, weil sie sagen, Demo ist mir zu politisch, habe ich gar nicht so viel Ahnung. Und irgendwie schreckt mich das ab. Und wir sagen, okay, wir wollen aber viele Leute erreichen. Und das ist ein unheimlich wichtiges Thema. Und wir müssen jetzt letztendlich die letzte Chance, ein großes Zeichen zu setzen gegen CETA. Und wir wollen halt die Leute generell wieder für Politik und auch für so eine Demonstration begeistern. Und was ist einfacher, das Ganze mit Musik zu begleiten. Wir haben halt so einen LKW dabei, zwei große Acts. Also Gabriel Nanda ist dabei und Franka, die dann schön auflegen und die Leute ein bisschen einheizen. Aber dennoch wird der Wagen auch politisch dekoriert. Also wir werden uns da was einfallen. Oder haben uns eigentlich schon was einfallen lassen. Wir werden natürlich auch wieder Flyer mit verteilen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das heißt, die Leute lassen wir nicht nur einfach tanzen, sondern wollen mit den Leuten auch reden. Natürlich dabei auch ein bisschen tanzen. Vielleicht tanzen und reden. Warum denn nicht? Die Leute einfach wieder begeistern und mit ins Boot holen zu sagen, es ist wichtig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem auch für junge Leute interessant ist. Weil ich war selbst schon mal auf einer No-Pegida-Demo und fand auch irgendwie, war es sehr viel Geschrei und auch Aggressionen dahinter. Also kann man sich das bei euch dann einfach friedlicher und gelassener vorstellen? Definitiv. Also natürlich ist so eine Demo auch immer ein bisschen laut. Also viele werden vorneweg wahrscheinlich mit Trillerpfeifen rumlaufen. Es gibt die großen klassischen Transbis. Es gibt natürlich auch Sprechchöre gegen TTIP, also generell auch gegen CETA. Auch das wird immer mal wieder bei uns sein. Auch wir werden wahrscheinlich auf dem LKW immer wieder zwischendrin auch ein paar Statements rüberbringen. Gerade wenn wir dann auch über die Innenstadt laufen, dass man dann einfach nicht nur die Leute mit Musik begeistert, sondern auch zwischendrin mal immer wieder was sagt, warum wir überhaupt auf der Straße sind. Aber natürlich ist der große Bereich und die große Chance für uns wirklich die Musik, die Leute einfach herholen. Und ich bin mir auch sicher, so war es auch bei den letzten Zügen, wenn wir uns getroffen haben mit politischen Reden, waren immer so ein paar hundert Leute da. Und allein im April am 30., als wir losgestartet sind, ging es dann so langsam los mit tausend. Wir waren nachher bei so dreieinhalbtausend Menschen, die mitgefeiert haben. Die meisten haben halt damals in den Ringen vor allem abgeholt. Und die Leute strömen einfach dazu und tanzen, aber fragen sich auch, was macht ihr denn da? Und wir erklären den Leuten das. Und die so, boah, ja klar, Freihandelsabkommen habe ich schon mal gehört. Und dann fragen die auch teilweise, klär mich mal auf. Und das ist halt genau diese Chance, die wir nutzen möchten. Gabriel Ananda ist ja in der Elektroszene auch bekannt. Wird er oder auch Franka dann auflegen? Und auch werden die Songs dann politisch sein oder auch hauptsächlich aktuelle Songs von denen? Also ich gehe mal eher stark von aus, dass Gabriel oder auch die Franka ihre Musik von ihren Sets her spielen. Ob die sich da vielleicht noch was einfallen lassen, lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber sie werden auf jeden Fall das spielen, was man auch kennt. Und ja, es wird eine super Party. Und Demo. Wer Lust hat, der kommt auf jeden Fall vorbei. Am 17. September geht es um 12 Uhr an der Deutzer Werft los. Ihr seid dabei, tanzen gegen TTIP. Dann danke, dass du da warst, Florian. Ja, auch vielen Dank. Und wir verabschieden uns und bereiten uns jetzt vor auf die Demo mit We hide in the darkness the light we carry within von Serpiente. Und wir verabschieden uns und bereiten uns jetzt vor, auf die Demo mit